Hallo liebe Wermelskirchener, wir sind hier bei Marion Löwer, die eine neue Öffnung feiert und Frau Löwer wird uns jetzt mal ein paar Sätze dazu erklären. Frau Löwer, was machen Sie? Ja, wir sind ein Personal Training Studio mit Kleinkursbetreuung. Das heißt also, dass wir unsere Kurse limitiert haben auf zehn Personen, um halt wirklich auch eine ganz individuelle und persönliche Betreuung gewährleisten zu können. Wir haben maximal im Spinning-Bereich 15 Personen im Kurs. Wir holen den den Vorteil des Personal Trainings, also 1 zu 1 Betreuung und den Vorteil des Group Fitness, wie man das so sagt. Also diese motivierende Gruppengeschichte holen wir in eine Form rein und betreuen halt daher ganz persönlich in einem ganz persönlichen Ambiente. Wir sind hier in einem Wohnhaus. Das ist das ehemalige Wohnhaus der Spedition Weyand gewesen und hier haben wir uns halt eingemietet auf 250 Quadratmeter. Ganz persönlich und individuell betreuen wir hier unsere Klienten. Wo ist der Unterschied zum Fitnessstudio? Im Fitnessstudio, ich komme halt eben auch aus dem Fitnessstudio-Bereich. Ich habe halt viele Jahre in großen Studios und auch in kleineren Studios Kurse gegeben und da haben sie 15, 20, 25, im Homesplace in Köln habe ich Kurse gegeben und ich habe irgendwann mal gezählt 40 Leute in einem Kurs. Und da kann man nicht von Individualität sprechen. Und dadurch, dass ich Personal Trainer bin, war es mir wichtig, meine Klienten ganz persönlich und individuell zu betreuen und das gewährleiste ich durch maximal zehn Personen in einem Kurs. Ich bin auch nicht derjenige, der oder diejenige, die vorne nur mitmacht, sondern ich mache die Übungen, die ich haben möchte, ein-, zwei-, dreimal vor und dann arbeite ich halt am Mann. Und jeder mit seiner eigenen Problematik kommt dann dann auf seine Kurs. Aber immer so, dass er deutlich anschlägt. Ja. Mach der Frau eine Beine, merkst du? Ja. Das geht jetzt hier in die tiefe Muskulatur, nicht nur in die Oberfläche, sondern richtig in die Tiefe rein. Okay. Okay. Mach mal eine Beine. Das Wichtige ist... Jetzt machst du den Popo ganz fest und den Bauch ganz fest, stell dich ganz stabil hin, tu die Schultern runter. Ja, siehst du, siehst du? Nimm mal die andere Hand. Rechts musst du besser gehen. Aus dem Handgelenk, ganz locker stehen. Ja, ja, ja. Geht besser. Stimmt. Und wo spürst du das jetzt, wenn du jetzt deine Muskulatur mal beobachtest? Ja, hier sogar. Ja, ne? Schulter und Oberarm, ne? Das ist 2-0. Und das spürst du ja auch ganz stabil, du musst ja dadurch, dass du das in Schwingung hältst, musst du ja hast, dass die Kabel ja komplett fest sein. Ah. Und dadurch hast du ja alles andere auch mit angespannt. Wir betreuen auf der einen Seite unsere Klienten im Basic-Bereich. Basic meint am Körper selber? Mit Basic-Kursbereich meine ich eigentlich, das ist der Kursbereich, wo halt jeder Otto-Normal-Verbraucher sozusagen mit kleineren Wehwehchen, ich meine wir werden ja nur alle nicht jünger, sich wiederfinden kann. Wir haben auf der anderen Seite einen Spezialbereich, wo wir halt Diabetiker betreuen, wo wir XXL-Patienten oder Klienten, wir dürfen ja nicht Patienten sagen, wir sind ja nicht im Ärztebereich, sondern XXL-Klienten betreuen, die halt eben auch schon Folgeerscheinungen ihres Übergewichtes haben. Und wir, Diabetiker habe ich glaube ich schon gesagt, die Senioren dürfen wir natürlich nicht vergessen, die wir dann halt eben wieder in Bewegung bringen wollen. Das ist überwiegend für die Senioren, wir machen ja auch Senior-Gymnastik, möchten wir anbieten oder bieten wir an. Das ist wirklich für alte Menschen, die wirklich wieder lernen müssen, nur auf diesem Ball zu sitzen und mit Gleichgewicht zu halten. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Rentner, die laufen in der Freizeit einen Halbmarathon, sondern ich meine wirklich die Leute, die speziell betreut werden müssen, die sich so gar nichts mehr zutrauen. Auf dem Ball sitzen und sitzen und Gleichgewichtsübungen machen müssen, um langsam wieder so die Stärkung zu haben. Unsere postnatalen Muttis natürlich nicht zu vergessen. Ich hatte gestern noch gerade eine Gruppe hier, wo wir mit den Kindern in der Tragehilfe mit den Kindern trainieren. Ich habe gestern noch gerade wieder erlebt, dass gerade wenn die Kinder ganz nah bei der Mama sind, die sogar in diesem Kurs einschlafen. Ich hatte nur schlafende Babys im Kurs. Total klasse. Haben Sie denn Mitarbeiter? Machen Sie das alleine? Nein, ich habe zwei Mitarbeiterinnen, beziehungsweise eigentlich drei. Ich habe eine freiberufliche Trainerin hier, dann habe ich eine Trainerin, mit der ich schon ganz, ganz lange zusammenarbeite, die Kathi Schmitz, die hier halt eben die Kurse gibt. Und ich habe eine Mitarbeiterin, die mir im Büro hilft. Ja, neben mir steht Frau Sellbach noch, die ein Produkt anbietet, was hier auch über das Fitnessstudio vertrieben wird. Und das wäre welches, Frau Sellbach? Das sind Produkte der Schweizer Firma Just. Ganz natürliche und hoch wirksame Körperpflegeprodukte, idealerweise nach dem Sport anzuwenden. Also Körperpflege, Gesundheitspflege für die ganze Familie. Was haben wir hier zum Beispiel? Das wäre für nach dem Sport? Genau, das ist unser Wallwurzcremengel, so eine pflanzliche Alternative zu beispielsweise Voltaren, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen für das Produkt. Das ist ein kühlendes Gel, was die Muskeln entspannt, bei allen stumpfen Sportverletzungen anzuwenden ist und ja, angenehm kühlend wirkt. Also es sind, man kann sagen, Körperpflegeprodukte hochwertiger Art aus der Schweiz. Keilkräuterbasis, richtig. Ja, dann wünschen wir zum Start alles, alles Gute, hier für das Health Fit.